Hören Sie jetzt die Sonntagsrunde im Kontrafunk mit Burkhard Müller-Ulrich. Die Regierung möchte zwar das Bargeld abschaffen, aber um die Bürger zu bestechen, ist es immer noch gut. Übrigens können Sie auch den Kontrafunk mit Bargeld unterstützen. Schicken Sie das ruhig an unsere Adresse in der Schweiz und keine Sorge, da kommt nichts weg. Zur Produktion dieser Sendung beigetragen hat übrigens einer unserer treuesten Werbepartner, nämlich die Winkelmann-Gruppe im nördlichen Sachsen-Anhalt. Die Winkelmann-Gruppe betreibt Apotheken und Pflegedienste und ist ihr kompetenter Ansprechpartner rund um das Thema Gesundheit und Pflege. Im Internet finden Sie nähere Infos unter winkelmann-gruppe.de. Winkelmann wird mit CK geschrieben. Und jetzt begrüße ich in der Sonntagsrunde den Journalisten und Osteuropa-Experten Thomas Fassbender von der Berliner Zeitung. Die Publizistin Birgit Kelle, die gerade ein neues Buch geschrieben hat mit dem sprechenden Titel »Ich kauf mir ein Kind« und den Blogger und Fotografen Roger Leitsch, alles alte Bekannte für die regelmäßigen Hörer des Kontrafunks. Wir müssen, weil wir hier immer über die abgelaufene Woche reden, zunächst den fürchterlichen Terroranschlag vorgestern Abend in Moskau erwähnen. Ein russisches Bataklan mit 140 Todesopfern. Angeblich ein Werk des IS, also des Islamischen Staates. Jedenfalls gibt es ein Bekennerschreiben. Aber ich sage angeblich, weil jetzt die wildesten Vermutungen und Zuweisungen kursieren. Thomas Fassbender, wie schätzen Sie das ein? Was wir wissen, beziehungsweise was wir gesehen haben, sind Videos von Festgenommenen. Angeblich insgesamt vier, die im Branska Oblast ein paar Dutzend Kilometer vor der ukrainischen Grenze. Das liegt im Südwesten von Moskau, nach einer kleinen Verfolgungsjagd durch den Wald verhaftet wurden. Teilweise sehr übel zugerichtet aussehen. Sehr schlechte Russisch sprechen. Angeblich tajikische Pässe haben. Auf jeden Fall zentralasiatische Muttersprachen sprechen. Also das ist das, was ich aus den russischen Videos herauslese. Außerdem sind noch sieben weitere Verdächtige verhaftet. In welchem Zusammenhang die jetzt zu den anderen stehen, ist nicht gesagt. Es geistert in den russischen Medien oder in den Telegram-Kanälen. Die Inforum, die seien auf dem Weg in die Ukraine gewesen. Dort hätten die Grenzer schon ein Fenster geöffnet. Damit kommt natürlich dieser Ukraine-Tag in das Ganze rein. Gleichzeitig haben wir eine mehr oder minder glaubhafte Stellungnahme des IS, des Islamischen Staates. Wobei auch da noch nicht genau sicher ist, ist es der IS in Khorasan, also der afghanische Ableger, oder ist es ein anderer IS. Also es gibt natürlich inzwischen auch eine Stellungnahme von Putin, sogar eine Ansprache von Putin. Und jetzt beginnen die Gerüchte daran zu sprießen. Im Prinzip ist für jeden Ansatz ein Körnchen gelegt. Wir können die Gerüchte eigentlich nur einmal nachzeichnen und dann war es das aber auch. Also Sie hatten schon die Ukraine erwähnt. Das hat ja Putin auch selber gesagt. Die waren auf dem Weg in die Ukraine. Ja, wenn es die Ukraine war, dann denkt man natürlich auch, wenn man ganz finster und verschwörerisch unterwegs ist, auch an die USA, haben die da was gewusst? Ja, sie haben was gewusst. Angeblich haben sie ja gewarnt davor. Dann gibt es natürlich auch noch die Version, Putin ist schuld, weil er natürlich mit solchen Sachen wie immer innenpolitische Lage verbessern kann für sich. Starker Mann und vielleicht besondere Maßnahmen erlassen und so weiter. Roger, hast du irgendein Bauchgefühl? Das einzige Bauchgefühl, was ich dabei habe, ist so ein bisschen ganz allgemein ein Problem, was Russland natürlich hat. Der sogenannte islamische Underbelly, dass man halt an der südlichen Grenze ganz viele solche potenziellen Problemherde, sage ich mal, hat. Und Afghanistan ist sicherlich eins, Tajikistan. Die Tatsache, dass Russland den IS bekämpft hat in Syrien und dort nach wie vor steht. Die Reste sind ja noch da, auch wenn die jetzt nicht mehr so territorial in Erscheinung treten. Das ist ja nicht weg, nur weil Russland und die Ukraine momentan die Nachrichten beherrschen. Das vergisst ja auch die Nomenklatura beim IS nicht. Also glaubhaft ist das schon, dass es aus dieser Richtung kommt. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Amerikaner, wenn sie irgendwas in diese Richtung erfahren haben, versucht haben, das vorsichtig weiterzugeben. Es gibt wohl noch inoffizielle Kanäle, über die man sich da unterhält. Jeder nutzt das jetzt gerade für seine Zwecke. Und wenn man eine Linie von Moskau über den Verhaftungsort in Richtung Ukraine zieht, dann passt das natürlich. Aber es könnte genauso gut Weißrussland sein, wo sie hinwollten. Das liegt in der gleichen Richtung. Nichts Genaues weiß man nicht. Die Bilder sind schrecklich, wenn man sich das anschaut. Das Theater ist verwüstet. Es gibt Bilder und Filme mit verpixelten Opfern quasi, die da wirklich wahllos niedergemetzelt werden. Es ist einfach unbeschreiblich. Und abwarten, was jetzt noch passiert. Ich finde, wir sind hier ganz stark im spekulativen Bereich. Also ich muss mir ganz ehrlich sagen, ich tue mich schwer, in irgendeiner Form tatsächlich eine Einschätzung auch persönlich irgendwie vorzunehmen, weil wir noch zu wenig wissen. Und weil in dieser Situation, in der Russland quasi gleichzeitig im Krieg ist, also die Amerikaner sagen und andere Geheimdienste, wir haben Hinweise geschickt, Putin wird auf keinen Fall ernst genommen haben, weil er auch nicht weiß, sozusagen sind die dann ernst gemeint oder ist das Teil einer Kriegsstrategie. Ich hatte aus London von einem Terrorexperten, der sagte, dieses Bekennerschreiben des IS sei jedenfalls über alle üblichen Kanäle des IS verbreitet worden. Also so wie bei anderen Terroranschlägen auch. Also entweder sind die dann gehackt worden, die Accounts des IS, oder der IS hat es wirklich quasi auf seinen üblichen Kanälen verbreitet, was ja dann dafür spreche, dass es wirklich der IS ist. Dass man im Moment sozusagen jede Partei versucht, das zu ihren eigenen Gunsten auszuschlachten und jeder sich seine Lieblingstäter und seine Lieblingstheorie raussucht, ist, glaube ich, nicht verwunderlich in dieser Situation. Ich würde eher sagen, man muss hier eigentlich noch ein bisschen abwarten und schauen, was verifiziert werden kann, egal in welche Richtung. Genau. Wir halten uns an Wittgenstein, wovon man nicht reden kann, darüber muss man schweigen. Und ich glaube, das ist in dieser Phase jetzt auch das Angemessene. Die Opfer natürlich, das ist ganz fürchterlich. Und zunächst mal ist es, glaube ich, eine Frage der Pietät, dass man jetzt erst mal sich da nicht weiter reinkniet. Und natürlich im Hintergrund schwingen ähnliche Dinge. Da gab es diesen Angriff auf das Moskauer Theater. Man wird sich noch erinnern. Ja, es ist natürlich Krieg. Also das ist jetzt nicht ganz Bataclan, sondern es ist nochmal eine andere Situation. Und dieser Krieg, über den können wir in der Tat sprechen und über den sollten wir auch sprechen, weil wir ja hier in Deutschland mittlerweile auf eine Weise involviert sind, die wir uns vor einem Jahr oder so ja gar nicht hätten vorstellen können. Ich sage jetzt mal wir und gehe davon aus, dass das euch allen so geht. Selbst wenn man nur das Wort Kriegstreiber in den Mund nimmt im Bundestag, um damit die Parteien zu kennzeichnen, das hat ja die Alice Weidel gemacht, dann gibt es einen Ordnungsruf von der gerade amtierenden Bundestagspräsidentin Göring-Eckardt. Etwas anderes zum Krieg, das ist die Lieferung unserer tollen Marschflugkörper, dieser Taurus-Automaten, dieser Todesmaschinen. Und da hat es ja eine Geheimsitzung gegeben. Jetzt kam raus, dass bei dieser Geheimsitzung, Birgit Lacht, 105 Leute dabei waren. Ja, also bei einer Geheimsitzung mit 105 Leuten gehe ich mal davon aus, dass das nicht geheim bleibt. Vor allen Dingen, ich finde es nahezu erheiternd, wenn eine Frau Strack-Zimmermann jetzt versucht, sozusagen sich die Genehmigung zu holen, selbst strafrechtliche Ermittlungen in Gang zu setzen über die Frage, wer aus einer geheimen Sitzung, die sie leitet, mit 105 Menschen, weil sie zu dämlich ist, zu begreifen, dass sie niemals eine geheime Sitzung abhalten kann mit 105 Menschen im Raum, von denen sie nicht mal genau weiß, wer da ist. Das ist ja nahezu fahrlässig. Und es hätte ja auch die Möglichkeiten gegeben, also die Bundestagsverwaltung hat das ja auch relativ zügig klargestellt, dass selbstverständlich, wenn man sensible Dinge bespricht, die Sitzungsleitung den Kreis der Zuhörer begrenzen kann und alle auch aus dem Raum schmeißen kann. Sie haben kein Anrecht, quasi bei jeder Sitzung anwesend zu sein. Insofern man hätte, wenn es sensible ist und man wirklich sicher gehen will, dann hätte man einen Kreismenschen im Raum belasten können, von denen man sicher ist, ob sie etwas weitergeben. Aber das hier kann man wirklich nur noch unter fahrlässig abtun, dass man mit 105 Menschen irgendwie Sicherheitspolitik, geheime Dinge bespricht. Herr Fassbender, haben Sie auch gelacht, als Sie das gehört haben? Geheim, aber 210 Ohren. Gelacht habe ich nicht, aber ich frage mich natürlich, warum reagiert ausgerechnet die Frau Strack-Zimmermann? Ich muss mir immer Mühe geben, damit ich die nicht, weil ich die normalerweise immer Flack-Zimmermann nenne. Warum reagiert die Dame so angefasst? Das ist eine seriöse Sendung hier, ja. Verzeihung, ich werde es nicht wiederholen. Warum reagiert die Dame so angefasst? Denn im Prinzip, das sehen wir ja durch die mediale und politische Diskussion, also diejenigen, die hier mit dem bösen Wort Kriegstreiber, bösen in Anführungszeichen, gemeint sind, Strack-Zimmermann, Hofreiter, Röttgen, Kiesewetter, man kann ja die an den Fingern, naja, so viele Hände sind es gar nicht, abzählen, tendieren ja permanent dazu, in allen Talkshows und überall eigentlich sämtliche Risiken, Eskalationsrisiken herunterzuspielen und die Siegchancen heraufzuspielen. Die Erkenntnisse aus dieser Sitzung deuten dahin, dass eben die Lieferung des Taurus-Waffensystems mit doch mehr Aufwand und deutlich mehr Risiken einer möglichen deutschen Kriegsbeteiligung aus der russischen Betrachtung heraus verbunden sind. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass so allmählich unsere Belizisten in die Defensive geraten, auch hier in der Diskussion, vor allem vor dem Hintergrund, dass aus den USA jetzt mehr und mehr beruhigende Töne kommen. Am Donnerstag hat der General Harald Kujat, der in ja allen Begriff ist, ein sehr interessantes Interview dem RBB-Inforadio gegeben, in dem er ganz klar und eindeutig schreibt, Taurus hin oder her, Panzer hin oder her, die Ukraine hat nicht mehr die Möglichkeit, zu raumgreifenden Offensiven, hat nicht die Möglichkeit, die Russen aus dem Land zu werfen. Das müsse man ansehen. Und auch die Lieferung von Munition würde daran nichts ändern. Also wir bekommen so allmählich eine Versachlichung der Diskussion. Und das erklärt, glaube ich, schon einen Teil der nervösen Reaktion auf Seiten derer, die eigentlich mehr Waffen, mehr Sieg und mehr Kriegsenthusiasmus befürworten. Und wir schauen auf den Kalender und sehen, am 5. November wird in den USA gewählt. Und möglicherweise wird ja dann jemand an die Macht kommen oder zurückkommen, der schon von vornherein erklärt hat, dass er dieses beenden wird. Er hat es selbst erklärt und der Viktor Orban hat es auch erklärt. Er hat sich ja mit Trump getroffen und hat gesagt, also der hat einen ziemlich ausgereiften Plan, dass am Tag, nachdem er Präsident ist, da die Hilfe für die Ukraine, Hilfe in Anführungszeichen, bitte auch, dann gestoppt wird. Ich glaube, mit dem Stopp ist das nicht mal das Problem. Was am Tag 1 passieren wird, ist, dass Trump zum Telefon greift und Putin anruft, weil ihm das völlig egal ist. Und er sich sagt, ich habe ja kein Gesicht zu verlieren. Ich möchte das gerne beenden. Es wäre ja mit mir nie passiert. Ob das so stimmt, wissen wir natürlich nicht. Das ist das, was er behauptet. Aber die Frage, ob man auf der obersten Ebene einfach mal wieder diplomatische Bemühungen unternimmt, das würde wahrscheinlich an dem ersten Tag passieren. Wie schnell das dann gehen würde und inwieweit das Drohpotenzial vorhanden wäre, dass Trump sagt, ja, wenn der nicht mit mir reden möchte, dann schicke ich jetzt aber die ganz großen Bomben, weil ich bin ja derjenige, der hier sagt, wo es lang geht. Das wissen wir alles nicht. Dass Trump nicht so berechenbar ist wie Biden, die vielen Konflikte, die wir jetzt weltweit haben in den letzten drei Jahren, sind zum Großteil dessen geschuldet, dass man die USA im Moment für schwach hält. Und Trump hält man für unberechenbar. Und wenn man den Unberechenbaren auf der eigenen Seite hat, hat das was für sich. Wenn man ihn gegen sich hat, eher nicht so. Von daher ist es anzunehmen, dass der Konflikt jetzt demnächst mal endet. Und das wäre auch schon eine gute Sache. Was mich so wundert, wenn man sich sozusagen verschiedenste Konflikte anschaut, wir haben ja gleichzeitig auch in Israel und im Gaza einen Krieg, mit welcher Vehemenz man bei der Ukraine vermeidet zu verhandeln. Und jeder, der auch nur den Vorschlag bringt, unabhängig davon, was jetzt dort verhandelt werden soll. Aber es gilt inzwischen, und das finde ich schwierig, obwohl ich immer doch sehr auf der Seite auch der Ukraine stand, aber dass man angesichts der festgefahrenen Situation, in der man ja schon die Frage stellen muss, soll das jetzt jahrelang so weitergehen? Und wie viele Opfer kostet das übrigens auf allen Seiten? Dass man in Deutschland quasi nicht einmal mehr vernünftig reden kann über die Frage, vielleicht braucht es doch eine Verhandlungslösung, ohne sofort irgendwie als Putin-Troll bezeichnet zu werden, während man an anderer Stelle gerade die ganze Zeit Israel zu einem Waffenstillstand aufruft und dort unbedingt Verhandlungen herbeiführen will, in einer Situation, wo ich wiederum sagen würde, jetzt würde ich auf gar keinen Fall aufhören, weil die Hamas bekämpft werden muss. Also für mich ist das wie mit Messen mit zweierlei Maß. In einem Konflikt her ruft die halbe Welt, hier muss jetzt verhandelt werden und es müssen Waffenstillstände her. Und wenn dasselbe gefordert wird im Konflikt Ukraine-Russland, dann heißt es, man sei Russlandfreund. Das finde ich seltsam erstmal in der Wahrnehmung. Gleichzeitig diese Überreaktion auch von einer Strack-Zimmermann oder auch von anderen zeigt ja den enormen Druck, unter dem sie sind, wo sie auch möglicherweise wissen, es müssen jetzt auch ein paar Entscheidungen her, weil eben sich weltpolitisch möglicherweise im Herbst eine ganze Menge verschiebt. Mit der US-Wahl, aber auch in Deutschland. Es stehen Landtagswahlen an. Es werden sich Kräfte auch innerhalb Deutschlands verschieben dadurch, sodass man, glaube ich, auch versucht, jetzt sozusagen Nägel mit Köpfen zu machen, solange man noch in irgendeiner Form kann. Gleichzeitig wissen wir, die gesamte Ampelregierung ist im Moment unglaublich empfindlich, egal auf welche Kritik. Also es wird scharf geschossen, wird gerufen nach Strafverfolgung, wenn Kritik ist irgendwo. Die Grünen sind überempfindlich. Jetzt ist die FDP es auch. Also diese Anspannung ist einfach extrem. Also dieses Monitum von Birgit zweierlei Maß, das ist ja im Grunde die riesige Überschrift über alles, was wir hier in dieser Sendung seit zwei Jahren besprechen und was überhaupt jedem ins Auge springt, sind das nicht auch dieselben Leute, die da jetzt Tauchusse liefern wollen, die vor kurzem noch Plastikschwerter in Kindergärten verbieten wollten, damit die Kleinen irgendwie nicht zu sehr belizistisch geschult werden. Das sind dieselben die Cowboy-Waffen, also die Pistolen im Karneval zum Beispiel, weil da ist kein runder Tisch, sondern der Cowboy will schießen. Also in Sachen Verhandlungen hat dein Kirchenchef, Birgit ist ja sehr katholisch, dann mal das Richtige gesagt. Ja, aber da kann man ja gleich einhaken. Die Attacke, die dann auf den Papst losging, verriet ja wieder diese Aggression gegenüber dem Abweichler. Wie Sie schon sagen, wer Verhandlungen fordert, gar nicht von Frieden zu sprechen, man denkt bei Rolf Mützenichs Äußerung aus der letzten Woche, der ja nur gesagt hat, angesichts dieses Leides muss man an eine einfrieren und dann auch an ein Ende des Krieges denken, dass er für diesen Satz, also den menschlichsten und vernünftigsten und harmlosen Satz, den man sich vorstellen kann, auf eine Weise runtergemacht wurde. Während, und das war heute vor einer Woche, sonntags stammtisch beim Bayerischen Rundfunk im TV, die ehemalige ZDF-Moderatorin Petra Gerster den wunderschönen Satz sagte, ich persönlich habe mehr Angst vor einem Sieg Putins als davor, dass er die Atombombe zündet. Wow. Ich habe eine kleine Glosse darüber geschrieben, weil es einfach absurd ist, dass kein einziges Medium oder ein einziges, also sogar der BR hat das sogar in einem Tweet herausgestellt, weil dieses Zitat, niemand außer einigen Twitter- oder X-Kommentatoren ist darauf angesprungen und Mützenichs Einfrieren und Friedensbereitschaft wird heruntergemacht, als sei es sonst was. Also wir sind langsam in einem Irrenhaus angekommen. Es sind vielleicht dieselben Leute, die früher keine Angst davor hatten, dass die Russen die SS-20 in der DDR stationiert hatten, sondern nur vor den Pershings, der Amerikaner Angst hatten. Es gibt also die guten und die bösen Atombomben und Putin hat offensichtlich nur gute Atombomben, vor denen braucht man keine Angst haben, der tut ja nichts. Was ich mich bei sowas immer frage, wer jetzt sicher beifantasiert, dass Russland besiegt werden müsse. Ich weiß nicht so richtig, wie das aussehen soll. Und das Problem ist, dass mir auch keiner erklären kann, wie die Welt dann aussehen soll. Haben wir dann Besatzungstruppen in Moskau oder wie sieht das dann aus? Wie gesagt, mir fehlt der Plan. Es gibt keinen Plan. Nein, vor allen Dingen, das Thema Deeskalation spielt im Moment irgendwie keine Rolle. Ich erinnere mich noch an frühere Zeiten, als es tatsächlich noch den eisernen Vorhang gab und als es um das Wettrüsten ging, wo dieselben Grünen, die heute irgendwie jeden niedermachen, der nicht zur Waffe greifen will, eigentlich auf der anderen Seite standen und davor warnten vor einem Wettrüsten. Die sagten, wir müssen schauen, dass wir deeskalieren. Man muss schauen, dass man Atommächte sozusagen nicht aufeinander hetzt. Deswegen ist tatsächlich sehr erstaunlich, dass dieselben Parteien, die jedes Atomkraftwerk irgendwie abschalten, weil es angeblich zu gefährlich ist, im Moment doch ziemlich rumzündeln im Bereich, dass man sagt, irgendwie man nimmt gar keine Rücksicht, ob die Frage, ob das nicht vielleicht ein bisschen viel Eskalation ist. Wobei ja andere mitmachen. Also Macron, der irgendwie vor sich hin philosophiert, irgendwie man müsste jetzt auch über Bodentruppen nachdenken und so weiter. Das ist ja zumindest verbale Säbelrasseln, aber doch irgendwo eine Eskalation. Und ich bin sehr gespannt, welches Land Europas tatsächlich Bodentruppen in die Ukraine mal davon abgesehen senden würde. Die Haltung von Roger Leitsch gefällt mir sehr gut, sich die Dinge mal wirklich genau vorzustellen. Ja, was passiert dann, so wie er es eben gemacht hat? Und ich kann jetzt mal in Vorlage treten mit einer Idee, dann werden niederländische Blauhelme vor dem Kreml paradieren. So, das ist natürlich bittere Satire und die habe ich jetzt eingefügt, um zu einem anderen Kriegsthema überzuleiten. Denn heute ist der 25. Jahrestag der Bombardierung von Belgrad. Mir ist aufgefallen, zum 20. Jahrestag gab es in den Medien doch allerlei, diesmal nicht. Also es herrscht Schweigen im Walde. Ist euch das auch aufgefallen? Also die NCZ hat ein großes, langes Stück dazu gemacht. Ja, die Neue Zürcher Zeitung macht die Ausnahme. Das ist richtig. Aber ansonsten scheint es mir, dass man das natürlich auch bewusst sozusagen opak halten möchte, damit man nicht auf die Idee kommt, dass es da einige Lehren zu ziehen gibt, die vielleicht Anwendung finden könnten auf das Jetzt. Oder wie seht ihr das, Thomas Fassbender? Ich muss pro domo sagen, die Berliner Zeitung bringt da noch was. Das kommt heute noch rein. Aber Sie haben natürlich völlig recht, dass wir auch wieder hier den Hintergrund haben eines schlechten Gewissens. Jeder weiß doch, dass das mit den doppelten Standards nicht nur im Kontrafunk aufs Tapet kommt. Also nur im Kontrafunk kommt es aufs Tapet. Aber es ist ja wahr, alle Welt misst mit doppelten Standards und der Westen ganz besonders, weil er die höchsten moralischen Maßstäbe ansetzt. Verglichen mit den pragmatischen Chinesen und Russen haben wir das eindeutig größere Problem, weil wir überideologisiert sind und über unsere eigenen Füße stolpern. Wenn wir heute an die Bombardierung Serbiens erinnern, geht es um einen vom internationalen Recht nicht gedeckten NATO-Militäreinsatz. Der unterscheidet sich im Prinzip nicht von Irak 2003. Und das sind Dinge, an die möchte der Mainstream heute nicht erinnert werden. Wobei natürlich die Frage mit der Völkerrechtlichkeit, es gab keinen UN-Beschluss. Das war also wirklich nur eine NATO-Geschichte. Auch da gibt es wieder den doppelten Maßstab, weil der Krieg wird nicht dadurch gerecht, dass es dafür einen UN-Beschluss gibt. Oder nichts wird dadurch recht und richtig. Wenn die UN zum Beispiel beschließt, dass der Tempelberg mit dem Judentum nichts zu tun hat, das allein den Moslems gehört, dann ist das nicht recht. Das ist dann auch Blödsinn. Also die UN ist leider auch kein moralischer Maßstab, auf den wir im Notfall zurückgreifen können, damit wir nicht so ein schlechtes Gewissen haben. Die UN ist keine moralische Instanz. Ist richtig. Aber wir erinnern uns, das war ja nun Ende der 90er Jahre. Das ist ja schon eine ganze Weile her. Es gab noch einen kleinen Skandal, als ein gewisser Herr Köhler, der mal unser Bundespräsident war, auf dem Rückflug von Afghanistan, glaube ich, sagte, wir hätten irgendwie wirtschaftliche Interessen, Deutschland. Und die müsste man irgendwie verteidigen. Der musste für sowas noch zurücktreten. Das lag zeitlich nach der Bombardierung von Serbien. Also auch da kommen wieder diese doppelten Maßstäbe, an die man sich nicht so gerne erinnert. Auch die Tatsache, dass die EU ja das große Friedensprojekt ist. Das wird ja gerne bei den Jubiläumsveranstaltungen der EU betont, dass wir ja so friedlich sind. Da blendet man aber auch seit 20, 25 Jahren aus, dass wir mit runtergelassenen Hosen in der ganzen Jugoslawien-Trennungsgeschichte dastanden. Die Bombardierung gehört dazu. Und daran wird man nicht so gerne erinnert. Und jetzt hat man ja außerdem einen anderen Krieg, auf den man sich konzentrieren kann. Und daran ist man ja gar nicht beteiligt. Das sind ja nur die Russen und die Ukrainer. Und wir geben ja nur so ein bisschen was hin, dass wir in Wirklichkeit auch da Kriegspartei sind. Daran möchte man ja gar nicht erinnert werden. Birgit, ich spreche dich mal an als unsere Frau vom Balkan. Als unsere Frau vom Balkan. Du bist ja in Rumänien geboren, also noch ein Stückchen weiter hinten unten. Also wenn, dann komme ich aus dem Land hinter den Karpaten. Okay, aber jedenfalls ist dir diese serbische Sache auch nahe? Ehrlich gesagt nicht wirklich. Und ich glaube, das ist der Grund auch, warum viele das sozusagen gar nicht in einen Kontext setzen zu heute. Dass es medial sozusagen vermieden wird, möglicherweise ist das eine. Aber für sehr viele heute und für eine ganze junge Generation ist dieser Krieg schon fast eine Generation wieder her. Und das ist Vergessenheit auch, dass man eben gar nicht mehr so genau weiß, was war denn damals eigentlich so? Also ich habe mir die Sache nochmal angeschaut und dann kommen die Erinnerungen wieder hoch und auch die harten Diskussionen damals, gerade eben auch in Deutschland mit den Grünen. Ja, Joschka Fischer, der sich von seinen eigenen Leuten mit Farbbeuteln hat bewerfen lassen, weil er gesagt hat, wir müssen etwas tun. Was ich sehr spannend finde, ist, dass damals ja eigentlich der Eingreifgrund, selbst ohne Freigabe der UN konstruiert wurde oder erfunden wurde, dass man eine Bevölkerung quasi, also die Schutzbedürftigkeit der Bevölkerung und dass das rechtfertigen würde, eben in ein Land quasi einzufallen und auch einen Krieg vom Zaun zu treten. Interessanterweise ist das ja eigentlich dieselbe Begründung, mit der auch Putin in die Ukraine rein ist, dass er gesagt hat, er muss quasi die russische Bevölkerung in der Ukraine beschützen. Also das war für mich die erstaunlichste Gegenüberstellung, dass vor 25 Jahren die NATO gesagt hat, wir müssen zum Schutz der Zivilbevölkerung da rein, weil sie bedroht ist. Und mit derselben Begründung ist Putin auch in die Ukraine rein, er muss die russische Bevölkerung in der Ukraine beschützen. Das finde ich ist erwähnenswert. Gut, dann gehen wir mal weiter, weil bei den Dingen, die man nicht wissen möchte oder doch wissen möchte, hat sich diese Woche nach meinem Eindruck, also die vergangene, die abgelaufene Woche etwas getan und zwar im Zusammenhang mit Corona. Da hat nämlich die Zeitschrift Multipolar von Paul Schreier die RKI-Files freigeklagt und sie bekamen eine Menge schwarze Texte. Also die Erklärungen, die sind natürlich auch apart, die dazu gegeben wurden, warum man das alles nicht wissen darf. Und es geht um diese wissenschaftlichen Beratungsgremien, die voll versagt haben. Und jetzt kommt heraus, die haben gar nicht irgendwie wirklich sachlich erörtert, sondern die standen unter Kuratell. Da wurde eine Weisung gegeben. Noch weiß man nicht, wer es war. Vermutlich war es der damals amtierende Gesundheitsminister Spahn. Also kehren wir mal zu diesem Nicht-Wissen-Wollen zurück. Habt ihr euch mit diesen RKI-Files mal beschäftigt? Weil ich glaube, da kommt noch einiges nach. Angesichts dessen, was da geschwärzt ist, muss auf jeden Fall noch etwas nachkommen. Also genau genommen haben wir noch gar nicht alles. Die interessantesten Sachen sind geschwärzt. Die Fragen, welche Personen da gerade auch als externe Berater dazu gezogen wurden, das sind ja alles hochbrisante Sachen. Dass das alles geschwärzt wird, zeigt ja nur, dass man mit Händen und Füßen verhindern möchte eine Aufarbeitung und auch eine Zuordnung von Verantwortung. Also natürlich muss man es aufarbeiten und es wäre schon toll, wenn es passieren würde. Aber ich fürchte, dass was von Corona übrig bleiben wird, sind die Begriffe Querdenker und Corona-Leugner. Damit wird man ja heute noch belegt, so als postfaktisches Diktum. Und die Bemühungen, so ehrenhaft sie sind, ich fürchte, solange diese Regierung so ist, wie sie jetzt hier ist, wird das nicht passieren. In den USA ist es dasselbe. Auch da gibt es dann geschwärzte Dokumente von drei, vier, fünfhundert Seiten Dicke. Die Spuren führen ja zu unserer geliebten Ursula von der Leyen mit ihren WhatsApp-Nachrichten, die nicht mehr existieren, die dummerweise gelöscht sind. Das führt ja auch alles zu keinem Aufschrei. Es gibt keine Kontrollinstanzen, die das irgendwie ahnden können. Das EU-Parlament kann sie weder absetzen, noch irgendwas veranlassen. Im Zweifelsfall, wenn Deutschland nicht weiterkommt, sagt man, es kommt von der EU und dann ist es sowieso weg. Ich habe da ehrlich gesagt wenig Hoffnung, dass da irgendwas bei rauskommt. Ganz ehrlich. Aber es gibt natürlich noch eine Dimension, unabhängig davon, dass einige Leute riskieren, sehr, sehr ihr Gesicht zu verlieren. Das ist die juristische. Ich denke an die Gerichtsverfahren der Impfgeschädigten, ob das jetzt auch Long-Covid betrifft und andere. Also da ist ein ganzer Rattenschwanz an juristischer Auseinandersetzung. Und jede geschwärzte Zeile im RKI-Bericht kann auch möglicherweise dort von juristischer Relevanz sein. Je nachdem, wie hartnäckig die Anwälte sind. Aber da glaube ich nicht, dass so einfach der Sack zugemacht und vergessen wird. Vor allen Dingen die juristische Komponente ist ja auch insofern spannend, weil ja möglicherweise auch die Bundesregierung schadenersatzpflichtig wird, wenn es nachgewiesen werden kann, dass sie ohne wissenschaftliche Evidenz, sondern quasi nur aus politischem Kalkül die Erhöhung der Risikoeinschätzung herbeigeführt haben, ohne dass sie das in irgendeiner Form eigentlich diese Entscheidung begründen konnten durch irgendwelche wirklich Faktenlagen. Und das war ja quasi genau der Ausgangspunkt, um Lockdowns und andere Ausnahmezustände tatsächlich zu rechtfertigen. Das war ja für viele Leute ein tiefer Eingriff, nicht nur in die eigenen Grundrechte, sondern auch oft mit finanziellem Schaden, Verlust von Geschäftsgrundlage, Insolvenzen und so weiter. Da ziehen sich ja so viele auch einfach mal nur rein finanziell geschädigte Menschen durch diese Lockdowns durch. Und da ist natürlich eine Komponente, die wirklich auch noch viel Geld kosten könnte, wenn hier Betroffene klagen würden, weil wir offen liegen haben, dass die Bundesregierung Lockdowns gemacht hat und, sagen wir mal, Geschäftsschließungen verordnet hat, ohne dass es dafür irgendeinen wissenschaftlichen, vernünftigen Grund gab. Alleine deswegen hüten alle das mit Klauen und Zähnen, weil niemand diese Klagewelle in irgendeiner Form haben möchte. Das Problem ist auch, und jetzt muss ich schon wieder den Advocatus Diaboli spielen, wer kann sich das leisten? Die Betroffenen? Können die sich durch Instanzen durchklagen? Die ganzen Verschleppungen und die ganzen Manöver, die man da macht, können die das finanziell wuppen? Es ist immer schön und ideal. Dem hänge ich auch irgendwie an. Es könnten zumindest Interessensverbände Sammelklagen machen. Das geht schon. Die sehe ich nicht. Ich sehe diese Verbände nicht, die sich wirklich nach vorne trauen und sagen, wir übernehmen das. Wir machen dann Sammelklagen. Sag uns einfach deinen Fall und dann übernehmen wir das. Die finde ich nicht, nirgendwo. Normalerweise wäre ein Staatsanwalt dazu da. Bloß die Staatsanwaltschaft sitzt hier zwischen den Stühlen. Auf der einen Seite beschützt sie den Staat, der das alles angerichtet hat. Und auf der anderen Seite müsste sie eigentlich proaktiv für ihre Bürger irgendwas tun. Das macht sie aber nicht. Das ist so ähnlich wie, wenn man jetzt darauf vertraut, man wird verklagt wegen Hass und Hetze. Da könnte man sich vor Gericht wehren und dann würde das schon irgendwie alles rauskommen. Das ist natürlich wunderbar. Wenn ich mich gegen so eine Klage wehre, dann muss ich einen Anwalt einkaufen, der nicht billig ist, während Frau Baerbock oder Herr Habeck damit ihre Athleten beauftragen können. Das kostet die nichts. Mich kostet das viel und die kostet es, naja, nicht so viel. Nein, entschuldige, Roger, Frau Baerbock hat selbst unterschrieben den Strafantrag gegen diesen Unternehmer. Die Unterschrift, die ist natürlich kostbar. Das ist schon klar. Aber auch Frau Neubauer, die noch vor dem Frühstück 30 Klagen gegen Hass und Hetze im Internet absetzen kann, dafür hat die Leute. Das macht die nicht selbst. Ja, ja, klar. Trotzdem, ich glaube, das ist wichtig, wenn Sie sagen Staatsanwaltschaft. Das ist natürlich richtig, wenn das strafrechtlich relevant ist. Aber da sind wir ja noch nicht. Verwaltungsrechtlich und privatrechtlich sehe ich nicht, dass da nicht noch was kommt. Also da würde ich eher davon ausgehen, dass da noch was kommt. Und das geht an den Staatsanwälten vorbei. Ich würde mich freuen, wenn es so wäre. Ja, es gibt viele Gruppen und viele Anwälte und wir berichten ja auch pausenlos darüber, damit da ein öffentliches Bewusstsein hergestellt wird für diesen Bereich. Denn die Mainstream-Medien, vielleicht mit Ausnahme ihrer Zeitung, Thomas Fassbender, die Berliner Zeitung, macht da ja eine sehr gute Figur. Aber die anderen schreiben darüber nicht. Ich habe ehrlich gesagt vom Tag 1 dieses Corona-Kultes an mir immer überlegt, auf welche Weise wird denn der große Shift, wenn er denn mal kommt, der große Umschwung passieren? Wie wird das Narrativ zusammenbrechen? Ich hätte es für viel früher vorausgesagt. Das hat sich ja wahnsinnig gehalten, über Jahre hin jetzt. Und im Grunde stelle ich mir die Frage, verschärft. Und ich komme, vielleicht seht ihr das anders, aber obwohl ich viel Vertrauen in Amerika verloren habe in den letzten Jahren. Also das war für mich immer der Hort der Freiheit. Ich bin ein Westler, ich bin ein atlantisch großgewordener Bundesrepublikaner. Und ich habe natürlich immer mit glänzenden Augen die USA besucht. Was da jetzt in letzter Zeit passiert ist und auch herausgekommen ist, das hat mein Bild revidiert. Ich glaube aber, dass wenn irgendwo auf der Welt die Power vorhanden ist, um diesen Zug zu stoppen, Power seitens Richtern, die einfach unabhängig und sehr, sehr hartnäckig sind, oder auch von Senatoren, die einfach ihr Ding machen und das durchziehen, wenn die die Leute da grillen im Verhör, das ist mir immer ein großes Schauvergnügen auch natürlich. Also ich glaube, wenn die den Fauci aus dem Spiel nehmen, dann ist es um unseren Drosten auch geschehen. Gut, Fauci ist ja aus dem Spiel. Der hat sich ja sozusagen in den Ruhestand verabschiedet. Die Frage ist, ob dem noch jemand was hinterherwirft. Ja, ich rede nicht von Ruhestand, ich rede von Kittchen. Ja, und das bezweifle ich, dass das passieren wird. Das glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich glaube, dass er auf dem zivilrechtlichen Weg wahrscheinlich erst da noch einiges herbeigezwungen wird. Bei so viel Lügen, bei so viel Falschaussagen auch vor Ausschüssen? Ja, ich glaube tatsächlich immer noch auch an unsere Richter, weil ich nicht glaube, dass man alle Richter in Deutschland kontrollieren kann und dass es dort auch noch aufrechte Menschen gibt, auch wenn unsere Rechtsprechung bis ins Bundesverfassungsgericht in den letzten Jahren eben nicht immer bereit war, tatsächlich die Bürgermechte zu verteidigen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Aber diese kleine Klage alleine jetzt, wo selbst die Ministerin Baerbock eine Anzeige unterschreibt, dass man quasi gegen Regierungsmitglieder sich wehren kann und dass es Richter gibt, die hier einem Unternehmer Recht geben, dass er eine freie Meinung haben darf und die Regierung mit Spott überschütten darf. Dass so etwas möglich ist, finde ich gut in unserem Land. Und man hofft ja gar nicht mehr in vielen Seiten darauf, aber ich fand, das war ein bisschen ein Hoffnungsschimmer. Und ich glaube, dass wir durchaus auch in der Rechtsprechung noch sehr aufrechte Menschen stehen haben, die möglicherweise, auch wenn es zäh und langsam ist, manche Aufarbeitung vielleicht doch noch stattfinden wird. Aber ich glaube persönlich nicht, dass es zu einer strafrechtlichen Verurteilung irgendeines Verantwortlichen kommen wird, weder in Deutschland noch weltweit. Da bin ich leider sicher. Da bin ich Ihnen sehr, sehr dankbar dafür, dass Sie das sagen. Denn man muss wirklich für den deutschen Richterstand eine riesige Lanze brechen. Nicht nur anhand der genannten Beispiele, sondern grundsätzlich unsere Richter gehören wirklich zu den bedrängten Hütern des Rechtsstaats. Während ich große Sorgen habe, wenn ich mir weite Teile der Politik anschaue, auch weite Teile der Medien. Also das Feenlein der Aufrechten, der Freiheitsfreunde ist ganz schön zusammengeschrumpft. Und wenn man auf die andere Seite des Atlantiks schaut, der Melee zum Beispiel in Argentinien, auch in den USA, ist einfach der Widerstandskampf seitens derjenigen, die einfach auf Individualrechte grundsätzlichen Wert legen, dort wesentlich stärker ist und hier kleines Flämmchen ist nur noch übrig. Manchmal tut es mir weh, wenn ich das anschaue in Deutschland. Also ich habe das gerne gehört mit den aufrechten Menschen und dann habe ich neben den Richtern und den Lehrern, über die wir vielleicht auch noch ein Wort verlieren, und den Medienleuten immer mitgedacht, aber dann habe ich an die Kirchenleute gedacht. Birgit, was ist denn diese Deutsche Bischofskonferenz, die ja übrigens auch ein Kontaktverbot gegenüber dem Kontrafunk erlassen hat? Wir dürfen keine Gottesdienste senden, ich sage das mal in der Woche vor Ostern, aber was ist denn mit dem Zirkus, den die mit der AfD veranstalten? Ich glaube, dass die Frage, was die Relevanz der Deutschen Bischofskonferenz, ehrlich gesagt, sie selber daran arbeitet, dass die immer weiter gegen Null oder in den Minusbereich fällt, weil also die evangelische Kirche, auf die gebe ich schon lange nichts mehr, die ist derart im Mainstream, im Zeitgeist angekommen, dass die schon lange nicht mehr den Heiligen Geist irgendwie noch versuchen zu erreichen. Die katholische Kirche hat immer noch sehr aufrechte Bischöfe, aber die Bischofskonferenz selbst ist eben, sagen wir mal, auch sehr zeitgeistig geworden und fiel in den vergangenen Jahren nicht einmal mehr ansatzweise auf, dass sie in irgendeiner Form der Politik auch noch widersprechen möchte oder sich wirklich in relevante Debatten sozusagen kontrovers einmischt. Genau genommen unterstützt die Bischofskonferenz jetzt den Kurs der Regierung, genauso wie sie übrigens in der Corona-Zeit ebenfalls den Kurs der Regierung einfach gestützt hat. Es ist erstaunlich, dass die Kirche sich ihrer eigenen Begründung her sozusagen überhaupt nicht mehr nähert. Also wenn man dann mal konkret sieht, wie hat denn die Botschaft von Jesus ausgesehen, dann ging er eigentlich zu den Aussätzigen. Impfung ja, Gottesdienst nein. Genau. Genau. Also in der Corona-Zeit hat man die Kirchen geschlossen und hat das Weihwasser weggeschüttet, weil man Angst hatte, Weihwasser würde den Tod bringen. Das muss man sich auf einer Meta-Ebene mal geben innerhalb einer Kirche. Aber sie hat auch das Gegenteil dessen getan, was ihr Gottessohn getan hätte. Der wäre nämlich zu all denen gegangen und hätte mit allen gesprochen. Er hat mehrfach gesagt, ich bin ja nicht hier, um die Überzeugten zu retten, sondern um mit jenen zu sprechen, gerade denjenigen, die mich ablehnen oder die anderer Meinung sind. Und das vermisse ich eben in dieser katholischen Kirche, zumindest auf der obersten Ebene. Aber das wird natürlich auch als Parole durchgegeben nach unten. Seit die katholische Kirche mehr ein Verwaltungsapparat ist als eine Religionsgemeinschaft, ist man eben auch sehr staatsnah und es tut der Kirche an sich nicht gut und es tut auch den Menschen in der Kirche nicht gut. Die wesentlichen Dinge werden nicht mehr besprochen und stattdessen macht man das, was die evangelische Kirche bereits seit Jahren tut, dass man sich politisch positioniert, wo es bequem ist und vor allen Dingen nur dort, wo man wirklich mit dem Staat mitsprechen kann. Egal ob Flüchtlingspolitik, Coronapolitik oder jetzt die Auseinandersetzung mit der AfD. Auf die deutsche Bischofskonferenz kann sich jede deutsche Regierung verlassen. So, dann sprechen wir mal noch fünf Minuten über die wesentlichen Dinge, die du in deinem Buch ansprichst. Und zwar, ich kaufe mir ein Kind. Was hat eigentlich die Kirche dazu gesagt? Haben die sich irgendwie geäußert? Haben die das gelesen? Empfängst du da irgendwelche Signale? Was wir wissen ist, dass die ja inzwischen aufgeweicht sind und dass also von Schulen, Partnerschaften bis zu sonstigen Veränderungen alles okay ist. Und dagegen schreibst du ja schon seit ewigen Zeiten an. Jetzt hast du noch einen Zacken draufgelegt. Ich kaufe mir ein Kind. Ist natürlich heftig. Es ist eine Tatsachenbeschreibung. Also, wenn du möchtest, kann ich dir einen Dealer, wer kann ich dir einen vermitteln? Ich habe alleine im Rechercheprozess Mehrfachkinder angeboten bekommen. Das günstigste hätte ich für 36.000 haben können. Produziert von einer Leihmutter irgendwie aus Bulgarien oder auch aus Kasachstan geboren, dann auf Zypern. Oder auch für 52.000 hätte ich ein Kind haben können. Ich habe schriftliche Angebote. Das ist ein Markt, wo Kinder gekauft werden. Und nicht nur Osteuropa, muss man sagen, sondern auch in den USA. Ja, USA ist sozusagen der Goldmarkt. USA ist quasi der rechtlich absolut sauberste. Also, nirgendwo hat man als Besteller eines Kindes mehr Rechtssicherheit als in den USA. Inklusive Umtausch? Nee, leider nicht. Umtausch geht nicht. Du kannst aber abtreiben, falls dir das falsche Geschlecht ist oder falls das Kind krank ist. Aber dort koste ich halt ein Kind Minimum 100.000. Während du in der Ukraine ist das Eldorado in Europa für Leihmutterschaft. Und das Geschäft geht trotz des Krieges munter weiter und völlig ungestört. Das haben mir mehrere ukrainische Agenturen bestätigt. Und hier vermisse ich zum Beispiel auch einen klaren Stammpunkt einmal unserer sogenannten feministischen Außenpolitik. Denn Hunderte von Leihmüttern durften selbst unter dem Bombenhagel Kiew nicht verlassen, weil sie ja vertraglich verpflichtet waren zu bleiben, das Land nicht zu verlassen. Es werden arme Frauen ausgenutzt und sie gebären für fremde Menschen aus dem reichen Westen Kinder. Niemand kümmert sich um ihren Gesundheitszustand, schon gar nicht jetzt in der Ukraine. Ich höre immer nur, in der Ukraine werden die westlichen Werte verteidigt. Ich finde, es wird Zeit, hier dann auch mal ein Wort zu richten, auch an die Ukraine, dass man sagt, wenn ihr das tatsächlich wollt, auch zu Europa gehören, dann gehört das auch mit dazu, dass man Menschenrechte achtet und dass kleine Menschen genauso Menschenrechte haben wie große und dass Frauen Menschenrechte haben. all diese Dinge. Ja, aber vielleicht sind das mittlerweile die westlichen Werte, ganz zynisch gesprochen. Sind sie auch. Es verändert sich auch, aber es wird einfach überhaupt nicht darüber gesprochen. Es entwickelt sich auch weltweit ein Milliardenmarkt. Das ist jetzt schon ein Milliardenmarkt und die Prognosen seriöser Wirtschaftsinstitute sagen, es wird in zehn Jahren global ein Markt von 130 Milliarden sein. Wir sprechen jedes Jahr über 10.000 Kinder alleine in den USA, die über Leihmutterschaft geboren werden. Was bedeutet, das sind Kinder, denen man plant, nach der Geburt ihre Mutter zu entziehen und sie mit einem Trennungstrauma ins Leben schickt und jeder kann sich ein Kind kaufen. Ich könnte es kaufen, es fragt niemand nach, warum. Wir haben erste Fälle, wo auch selbst Pädophile sich Kinder schon bestellt haben. Es gibt schlicht gar keine Kontrolle, aber wir reden hier über Kinder und deswegen habe ich es genauso genannt, wie es ist. Menschen kaufen sich Kinder. Ich denke immer über die Kinder selbst nach. Du hast da vom Trennungstrauma gesprochen, natürlich, das leuchtet ein, aber das sind ja Menschen, die gar nicht wissen, wo sie herkommen. Die kennen ihre Eltern eben nicht, also es sind nur soziale Verhältnisse konstruiert worden, allenfalls gibt es eine Abstammungslinie und da fällt mir immer die inzwischen verstorbene Schriftstellerin Sibylle Levitscharow ein, die ja mal einen Ausdruck gesagt hat dazu, nämlich sie sprach von Halbwesen, aber sie nahm die Perspektive dieser Kinder an, dieser wurzellosen Kinder und was wurde sie gescholten und wie musste sie zurückkrebsen damals? Ich glaube, es ist zehn Jahre oder noch mehr her. Ja, ich erinnere mich daran. Ich glaube, dass Levitscharow absichtlich falsch verstanden wurde über das eben, was sie sagen wollte, weil sie ja keineswegs irgendwie diesen Kindern in irgendeiner Form ihre Menschenwürde irgendwie halbieren wollte, sondern eben sagen wollte, was für eine unmenschliche Art und Weise es ist und dass diese Repräsentionsmedizin und das ist in den letzten zehn Jahren noch schlimmer geworden und wird noch schlimmer werden, eben Menschen zeugt und sie allerdings ihrer Identitätsfindung beraubt. Ich finde es sehr erstaunlich, wir sprechen in unserer Gesellschaft ständig über Identität. Jeder muss sich selbstbestimmt finden dürfen und sich identifizieren mit allem. Gleichzeitig lassen wir einen Markt zu, wo Kinder absichtlich ihrer Identität beraubt werden, ihre Wurzeln beraubt werden. Viele dieser Leihmutterkinder wissen ja nicht einmal, dass sie gar nicht bei ihrer leiblichen Mutter groß werden. Das ist ja keine Verpflichtung, das den Kindern zu sagen. Wie die Samenspenderkinder sich irgendwann in Selbsthilfegruppen und Vereinen zusammengetan haben, um nach ihren leiblichen Vätern zu suchen, wird das demnächst ausgeweitet werden auf die Leihmutterkinder, die nach ihrer Eizelspenderin suchen oder nach der Frau, in deren Bauch sie geboren worden sind. Das rollt auf uns zu und anstatt dass man sagt, wir haben doch Erkenntnisse, wir wissen, wie schwierig es alleine für Adoptivkinder ist, selbst wenn sie in guten Verhältnissen bei neuen Eltern groß werden, wie wichtig es ist, diese Suche nach der eigenen Identität, nach den eigenen Wurzeln. Die Biologie lässt sich nicht wegschalten. Blut ist dicker als Wasser. So, jetzt möchte ich den Kreis mal wieder erweitern. Wir haben viel über dein neues Buch gehört und wir sprechen jetzt über ein Kind, das letzte Woche schon Gegenstand der Sonntagsrunde war und das in allen Zeitungen bis hin nach Amerika mittlerweile bekannt wurde. Das ist die Geschichte einer 16-jährigen Schülerin in einem kleinen Caf, das niemand kannte bisher, Ribnitz-Dammgarten. Das Mädchen heißt Loretta und ihr wisst, was ich meine. Die wurde von der Polizei aus dem Unterricht geholt, weil dem Schuldirektor irgendwas Ungutes aufgefallen war. Man hat ihn da geimpft von irgendeiner Seite, ist alles etwas unklar. Dann kam die Polizei, hat festgestellt, da ist nichts, nichts Strafwürdiges, aber gleichwohl musste sie erst mal die Demütigung über sich ergehen lassen, aus dem Unterricht quer durch das Gymnasium in Begleitung dreier Polizisten und ihres Direktors zum Direktorzimmer gebracht zu werden und so weiter und so fort. Es gab jetzt eine Nachentwicklung, nämlich unter anderem die Welt, aber auch andere sind sofort darauf eingestiegen und haben gesagt, nein, es war ja ganz anders. Sie hat ja ganz, ganz schlimme Dinge gepostet. Sie hat nicht blaue Schlümpfe und irgendwie den Satz Deutschland ist nicht nur ein Ort auf der Landkarte, sondern für sie eben auch Heimat. Das alles nicht, sondern sie hat mit dem dritten Weg, das ist eine kleine, völlig bedeutungslose rechtsradikale Partei geliebäugelt. Sie hat ein paar Buzzwords in ihrem TikTok-Kanal verbreitet. So, Roger, du hast das ja sicher genau verfolgt. Ist das jetzt die Gegenkampagne von Leuten, die gemerkt haben, oh Gott, wir müssen was tun, die Sache explodiert uns ins Gesicht oder ist das eine Wahrheitsfindung? Es ist zunächst mal vor allem eins, nämlich irrelevant. Weil wäre es relevant, dann hätte die Polizei am Ende doch irgendwie ermittelt. Es gibt relativ klare Gesetze, was in diesem Land erlaubt ist und was nicht. Es gibt Symbole, die man hier nicht zeigen darf. Aus gutem Grund, wie ich finde, sieht man anderswo auch wieder anders. Das alles dient eher der Rechtfertigung und so ein bisschen der Anschmutzung im Sinne von, naja, es war schon besser, dass man es gemacht hat. Vielleicht nicht so direkt, jetzt auch in der Welt, in diesem Bericht war das jetzt nicht so direkt, weil auch immer noch am Ende stand, da war nichts. Die Polizei hatte nichts zum Ermitteln, aber es ist wieder so auf den Buschklopfen und mal schauen, wem man da so aufschreckt. Und das scheint mir doch momentan sich wie so ein roter Faden durch die Berichterstattung zu ziehen. Das ist jetzt nur einer der Fälle. Die Geschichte mit dem Sellner ist ja dasselbe. Man zieht ihn aus einer Veranstaltung raus und lässt ihn am Ende wieder frei, weil nichts gegen ihn vorliegt. Und was dann passiert ist, dass zum Beispiel dann der Südkurier fragt in einem Artikel, gerät ein kleines Dorf nun in Verruf, weil man ihn dort aus der Veranstaltung rausgezogen hat, irgendwo in der Schweiz. Das heißt, die Kontaktschuld, die sich hier aufbaut, passiv wie aktiv. Also das Dorf, was ja dafür gar nichts kann. Ich meine, da wohnen Leute, die damit nichts zu tun haben, aber die kommen dann schon in Verdacht. Das heißt, man versucht möglichst einen großen, verbrannten Raum, um Ideen zu errichten, die eigentlich nicht verboten sind. Also man darf das alles. Man darf die AfD toll finden. Das ist alles nicht verboten in dem Sinne. Oder dritter Weg oder was das da ist. Wenn es nicht strafrelevant ist, dann hat der Staat und auch die Polizei seine Finger davon zu lassen. Und das geht völlig unter in dieser ganzen Diskussion. Dummes Fassbender. Haben Sie die Sache verfolgt? Sehr. Ich habe gestern einen interessanten Text dazu gelesen. Alexander Wendt in Publiko, der das von vielen Seiten sehr differenziert aufdröselt. Und der letzten Endes, wenn man das alles eindampft, kommt er dazu, ich habe mich noch nie in meiner ersten Heimat der Deutschen Demokratischen Republik so nah gefühlt wie heute. Weil Sie Welt vorhin erwähnten, das ist schon richtig, die Welt versucht im Moment so lauter Spagatsachen zu machen in mehrerer Hinsicht. Ulf Poschert schrieb dann auch einen Artikel, wo er auch schrieb, die BRD wird immer mehr die alte DDR. Wir haben ein gesellschaftliches Klima, in dem spielt das Recht immer weniger eine Rolle, also mein individuelles Recht, etwas zu tun oder zu lassen, sondern das allgemein, das kollektive richtig tun. Das richtige Tun wird immer wichtiger und mein Recht auf etwas zu tun tritt in den Hintergrund. Und das hat natürlich letzten Endes mit aus meiner Sicht latent autoritären Zügen in unserer Gesellschaft zu tun, die uns dann wirklich grundsätzlich zum Beispiel von den USA, aber auch von England und Frankreich von den eigentlich westlichen Staaten unterscheiden. Ich habe in der letzten Zeit mit Freunden so ein bisschen dieses Spiel gespielt, also mit Freunden, die so ein bisschen anderer Meinung sind und sagen, ja Thomas, du bist ja immer so einer, der wieder den Stachel, das muss man ja auch nicht jedes Mal. Und dann habe ich gefragt, stellen wir uns doch mal vor, wir leben in einer Gesellschaft, in der es sehr viel mehr Verbote und sehr viel mehr Gebote gibt, aber absolut nur das Richtige wird verboten. Und auch nur das Richtige musst du tun. Und da habe ich gefragt, würdet ihr in so einer Gesellschaft euch wohlfühlen, wo es sehr autoritär zugeht, aber es ist wirklich nur das Richtige verboten. Und die haben alle nachgedacht. Da hat keiner gesagt, niemals, also ich für meinen Teil, ich würde sagen, niemals, ich bin heute Morgen im Ausland, egal und notfalls ohne einen Euro in der Tasche. Aber da gibt es viele, die sehen das ganz anders, fühlen das ganz anders. Man kann demonstrieren, aber man muss sich dazu nicht versammeln. War doch so ein Spruch. Birgit Keller. Man kann das ja für sich alleine tun, zu Hause im stillen Kämmerlein. Was mich bei diesem Ereignis mit der 16-jährigen Schülerin am meisten irritiert ist, wie bereitwillig auch die deutschen Medien jetzt bereit sind, sehr viel Energie zu investieren, um zu recherchieren und um zu zeigen, warum die Polizei, also der Staat, Recht hatte mit dieser Aktion. und niemand eigentlich daran arbeitet und veröffentlicht mehr an der Frage, ob hier die Polizei nicht falsch gehandelt hat und ihr völlig unverhältnismäßig reagiert hat. Das heißt, man ist sehr bemüht, auch im Nachhinein noch irgendetwas zu finden im Leben dieses Mädchens, irgendeine Meinung, irgendein Posting, ein Kleidungsstück oder sonst irgendwas, um das Ereignis im Nachhinein dann doch noch irgendwie zu rechtfertigen. Und man muss einfach mal auch juristisch klar machen und den Leuten vielleicht nochmal neu erklären, selbst wenn sie irgendetwas gepostet hätte oder eine Meinung vertreten würde, die extrem wäre, wäre es immer noch nicht genug gewesen, um sie quasi aus einem laufenden Unterricht mit drei Polizisten zu holen, ihr keinen Erziehungsberechtigten an die Seite zu stellen und sie quasi wie an einem Pranger durch die Schule zu führen. Also selbst wenn sie etwas Bedenkliches getan hätte und dafür gibt es eben bis heute offensichtlich nicht einmal einen juristischen Anfangsvernacht, also kein Ermittlungsverfahren. Das heißt, selbst wenn es das gäbe, stellt sich immer noch die Frage, ist es verhältnismäßig und war das jetzt so gefährlich und war hier Gefahr im Verzug, dass man quasi sofort handeln musste und gar keine Zeit hatte, vorher ein diskretes Gespräch zu führen oder auch nur das Pausenklingeln abzuwarten, um sie ins Lehrerzimmer zu holen. Also das ist ja absurd, was da gelaufen ist. Roger. Zwei Dinge. Das erste ist der Plot, der sich hier vollzieht. Genau dasselbe ist passiert bei dieser ominösen Potsdam-Konferenz. Niemand diskutiert darüber, ob es erlaubt ist, private Treffen abzuhören und die Ergebnisse der Abhörungen dann irgendwie journalistisch und in Theaterstücken zu verwerten und Leute damit an den Pranger zu stellen. Niemand. Was jetzt alle machen und auch korrektiv immer noch, dass man im Nachhinein noch eine Weile dran rumschraubt und noch ein bisschen auswringt, um nicht doch noch irgendwo ein Tröpfchen braune Flüssigkeit daraus zu kriegen. Genau dasselbe passiert jetzt hier wieder. Und wegen der Schutzbedürftigkeit der 16-Jährigen, dass die 16 ist, also nicht strafmündig, spielt auch da wiederum keine Rolle, während andere Straftäter, die mit 14, 15, 16 unsere Innenstädte unsicher machen, natürlich wieder auf freien Fuß kommen, weil sie ja minderjährig sind. Das heißt, der Schutz von Minderjährigen, der war uns zum Beispiel im 2018 unglaublich viel wert, als man die Frage im Raum stand, machen wir eine Altersfeststellung, indem wir Handgelenke röntgen. Das ging ja gar nicht. Schutzbedürftige. Aber diese 16-Jährige ist es eben nicht. Das ist das Problem. Also der Befund, den du eben schon vorangestellt hattest, da war nichts. Der muss zerstört werden. Das darf nicht sein. Da war nicht nichts und daran arbeiten jetzt alle. Auch die Welt am Sonntag, heute, ist wahnsinnig stolz darauf. Sie hat das Dokument bekommen, nachdem die Direktoren vorgehen sollen. Also es gibt ja dann Anweisungen vom Ministerium, wenn irgendwelche Dinge da gesagt werden. Da geht es aber um Terrordrohungen. Da geht es wirklich um Sachen, die eine unmittelbar bevorstehende Gefahr beinhalten. Da geht es nicht um irgendwelche Posts, wie sinnvoll oder sinnlos, aber in jedem Fall gewaltfrei, die letztlich waren von diesen Mädchen. Und die Politiker, ich meine, das ist halt der Hintergrund der Kampagne. Die Politiker haben doch die Medien losgelassen. Die haben jetzt die gefüttert. Die haben jetzt gesagt, macht irgendwas, damit wir, vielleicht haben sie es nicht gesagt, die Medien wissen selber, was sie zu tun haben. Wir wissen ja, wie es läuft. Das ist doch das Schlimme, Burkhardt. Sie müssen ja überhaupt nicht die Medien irgendwie drauf ansetzen. Es gibt doch genug gehorsame Menschen und im vorauseilenden Gehorsam, auch im deutschen Medienbetrieb, die eben sehr bereit sind, jetzt nachträglich noch eine Begründung zu finden, um zu rechtfertigen, warum der Staat richtig gehandelt hat und warum es eben nicht passiert ist, was eigentlich alle sehen, dass nämlich der Staat völlig übertrieben hat hier in der Reaktion gegenüber einer 16-Jährigen. Da müssten eigentlich Köpfe rollen, genau genommen. Der Staat macht keine Fehler. Ja, genau. Der Staat macht keine Fehler. Aber es ist nicht nur abstrakt der Staat. Ich meine, das Wort Macht ist hier noch nicht gefallen. Das gehört dabei hinein. Es ist ein Machtkampf, um den es geht. Wir haben in den letzten 20 Jahren in der politischen medialen Klasse und das ist unsere Funktionselite, die bestimmt Meinungs- und Deutungshoheit. Die hat einen sehr homogenen Charakter erreicht unter Frau Merkel und auch seither. Und diese relativ homogene Elite möchte ihre Macht auf keinen Fall hergeben, sieht aber, dass inzwischen rund ein Drittel der Bevölkerung nicht mehr mitmacht, nicht mehr mitdenkt, nicht mehr bereit ist. Die hat natürlich keinen Zugriff zu Redaktionen und Entscheidungen und auch nicht zu den Rathäusern, aber die wird natürlich als Gefahr wahrgenommen und aus dieser Defensive heraus, in die unser Establishment mehr und mehr gerät, daraus entstehen eben solche Attacken wie Demokratieförderungsgesetz, auch solche Absurditäten dann, wie das ganze angefasste Reagieren der Regierenden. Es geht hier auch und nicht zuletzt um Macht, genauso auf der anderen Seite. So, jetzt haben wir uns heiß geredet an diesem 24. März 2024 in der Sonntagsrunde. Wollt ihr mal kiffen? Also vielleicht zum Runterkommen jetzt wieder? Darf man jetzt? Ich meine, es macht keinen großen Unterschied, denn es haben ja alle bisher auch schon getan. Es erklärt aber vielleicht manches, was auf der großen Bühne der Politik so passiert, wo man sich ja meist fragt, was haben die eigentlich geraucht? Und insofern sehe ich da eine gewisse Konsequenz. Vielen Dank Thomas Fassbender, Birgit Kelle und Roger Leitsch für diese angeregte Diskussion. Vielen Dank, liebe Hörer natürlich, für Ihr Interesse. Ein Wort noch zu unserer Geburtstagsgala am Freitag, den 21. Juni in der Messe Dresden mit Peter Hane, Uwe Steimle, Uwe Tellkamp, dem Musiker Jan Song King und noch anderen interessanten Gästen. Unter anderem produzieren wir dort auf der Bühne natürlich auch eine Sonntagsrunde. Der Kartenverkauf beginnt zu Ostern, also nächste Woche auf unserer Webseite. Ich kann Ihnen jetzt noch keine Plätze buchen, es hat also keinen Zweck mir deshalb zu schreiben. Aber schreiben Sie mir gern, wenn Sie Sponsor werden wollen. Wir suchen genau einen und zwar zum Preis von 5000 Euro. Info at kontrafunk.radio Das ist die Adresse und jetzt wünsche ich Ihnen allen einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.